Jetzt hör mir gut zu. Du bleibst hier, bei deiner Mutter und bei deinem Vater. In Brasilien muss ich sehr viel arbeiten, ich muss sehr viel stuhlen. Ich hab keine Zeit. Ich könnte mich nicht um dich kümmern. Du würdest mir nur lästig werden, wenn du es. Es ist gar nicht so lange her, Paula, da wollten wir gemeinsam nach Thailand. Wir hatten Träume, Pläne. Was ist mit unserem Leben in Brasilien? Ribeiro ist jetzt im Knast. Jetzt könnten wir das alles zurückhaben. Ich will Paulo und Andres sehen. Wir treuen uns jetzt. Ich will crack, Pläne.